Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kommt Vlog 2 von dieser Woche. Da ihr ja wahrscheinlich schon den Vlog 1 gesehen habt und euch so gedacht habt, ja, das hat so cool gemacht. Deswegen kommt auf Vlog 2 heute und zwar werde ich euch heute mal wieder begleiten bzw. werde ich euch mitnehmen, was wir heute alles so schönes im Urlaub machen. Und wir haben auch gerade gefrühstückt. Jetzt gehen wir die Fahrräder ausleihen, Postkarten wegbringen und dann werden wir ein bisschen Fahrrad fahren bzw. meine Schwesterin laufen. Und dann werdet ihr sehen, was passiert. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß heute und ja, let's go. Ja, mein Outfit of the Day ist diese coole Jacke hier von Aless, Alise, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ein gestreiftes T-Shirt, eine Cap von Polo Ralph Lauren, eine normale Jeans von H&M und dazu Reeboks-Schuhe. Und jetzt werde ich noch eine Jack anziehen von Körbappen. Marken über Marken. Marken über Marken und dann eine Bauchtasche. Genau, und jetzt gehen wir auch schon los. So, also wir haben jetzt die Fahrräder ausgeliehen und jetzt geht es auch schon los. Ich fahre mit diesem wunderschönen Bike hier, das haben wir uns ausgeliehen. 6 Euro, kann man auch machen. Ja, kann man auch machen. Ich fahre, wie gesagt, mit dem Fahrrad, meine Schwester rennt und ja, let's go. Also wir sind jetzt von unserer Radtour zurück und haben uns jetzt schon lecker zu essen gemacht. 16 Kilometer. 16 Kilometer ist Anna gelaufen, ich habe sie mit dem Fahrrad begleitet und jetzt hat Anna noch das leckere Essen. Vielen Dank für das leckere Essen. Ja. Das sind leckere Nudeln, glutenfreie natürlich. Und dann noch ein bisschen Wurst und das lassen wir uns jetzt erstmal schmecken. Kräse und Smuss. Also wir gehen jetzt zum Strand, weil es ist so schönes Wetter, die Sonne scheint, wie man vielleicht hier sehen kann. Also es ist mega schönes Wetter. Und ja, hier habe ich meine Tasche, die habe ich jetzt gepackt, da habe ich Handtuch und so alles drin, weil wir uns einfach an den Strand legen wollen. Und dann werde ich noch ein paar Videos machen, wie immer. Nee, und ja, wir genießen einfach dann die Zeit in der Sonne und freuen uns schon mal für den Sommer, denn eine braune Haut ist immer gut, ne. Wer findet das nicht geil? Und ja, wir sehen uns dann am Strand wieder. Und ja, wir sehen uns dann wieder. So, die Anni hat uns jetzt lecker wieder was zu essen gemacht. So, haben wir wieder Hähnchen, dann den Salat noch, weil der muss auch alle werden. Das Gesunde zeigen wir natürlich. Genau, und dann machen wir auf die Schnitte noch ein bisschen Frischkäse, Schinken und ein bisschen Tomaten. Und dann lassen wir uns das auch wieder schmecken. Schmecken, das sieht richtig lecker aus. Hast du es super gemacht? Lecky. Guten Appetit. So, Leute, wir werden jetzt gleich noch Netflix schauen, aber ich verabschiede mich jetzt hier schon mal von euch. Und das war es auch schon mit diesem YouTube-Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und ich würde mich natürlich sehr gerne über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch der Vlog gefallen hat, da ich ja natürlich jetzt versuche, jeden Tag einen Vlog hochzuladen. Und ihr könnt mich auch gerne kostenlos auf YouTube abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall auch freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns spätestens im nächsten YouTube-Video wieder. Ciao! Ciao!